Was war da letzte Woche los? Was geht ab bei euch? Wie seid ihr denn drauf? So können wir die Playoffs nie erreichen. Wofür verdient ihr euer Geld? Ich will, dass ihr euch einmal den Arsch aufreißt für den Verein. Ist das klar? Ja, diese Woche muss alles anders laufen. Und nicht Leidestein, nur weil ich die größten Dinger hier habe. Das kenne ich, das ist aus der Waldorfstuhle so ein bisschen Buchstaben tanzen. So, mit deinen Haaren am Bauch, das geht aber nicht. Das ist Schanbarung, wie ich mir lange raufgezüchtet habe. Die kommt nicht mal einfach von so. Wir haben ja mal ein bisschen Wachs mitgebracht. Dann machen wir jetzt ein bisschen warm. Und dann kleben wir das drauf und machen wir das. Wie lange muss das Wachs ungefähr drauf machen? Das geht ganz schnell. Das geht so schnell. Dann kleben wir das jetzt drauf und dann streichen wir so ein bisschen da rum. Das ist sehr schön. Dann reiß ich da jetzt dran, ja? Bist du bereit? Wie jetzt reißen? Ja, ich ziehe da jetzt dran. Das kann ich jetzt ein bisschen wehtun. Das kenne ich vom Zahnarzt. Das hat gerade vor einem Jahr angefangen zu wachsen. Und jetzt gehen wir da raus und reißen den Gottverdammt den Arsch auf. So, bis gleich. 3, 2, 1 und direkt dann hinterher. Jetzt wird es Zeit, in der Vorweihnachtszeit etwas für die Völkerverständigung zu tun. Und deswegen werde ich jetzt in den Trikot der Freiburger Wölfe, den Gegnern heute von den Düsseldorfern, leckeres Kölsch zapfen. Und Kölsch und Düsseldorf, das passt so gut zusammen wie, ich sag mal, Spengemann und Hunziker. Ich würde mich extrem gut jetzt bei den Leuten ankommen. 1, 2, 3 und... Kölschbier macht schwulch. Kölschbier, Kölschbier, Kölschbier macht schwulch. So, dann gebe ich den noch in Kölsch. Jetzt haben wir ein Maskottchen von Düsseldorf, den Düssi. So, jetzt ziehe ich das mal an, ne? Ja, ich wünsche dir schon mal viel Spaß. Das ist eine schöne, schöne Angelegenheit. Und du weißt ja, du machst ja mit dem Kostüm, das was in deiner Seite noch offen ist, da machst du jede Menge Blödsinn. Kannst du doch, ne? Ja, auf jeden Fall. Das ist schon leicht feucht, wenn ich das mal sagen würde. Ja, ich habe immer einen Saft gebadet, darfst du mal hinterher. Wie lange warst du da drin? Seit 10 Minuten vor dem Einlauf. Also, ganze Drittel. Klüpfel. Boah, ist das eklig. Warum duscht Düsseldorf nie? Weil, Düsseldorf ist ein Löwe und Löwe lebt normalerweise im Wald, das sind keine Blödsinn. Ja, aber wenn man einen Fluss oder so, wo man mal rein kann. Ich glaube, die Kinder mögen mich nicht, wenn Düsseldorf so eklig riecht. Alle Kinder lieben Düsseldorf. So, jetzt geht's los. Wenn man noch sieht, dass er runter ist, ne? Das gibt für mich noch eine Mannschaft. Das ist der KEC. Das ist der KEC. Die DG hat gewonnen, jetzt geht es eigentlich nur darum, den Ruhm einzuhalmsen.